Hallöchen liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge hier für den Unimog 406 erschienen vom Verlag Hachette. Mein Name ist Sebastian von Devmar Models und wir werden heute zusammen den nächsten Teileblister öffnen und da auch die nächsten Teile für den kleinen gemoddeten, sage ich jetzt mal farblich gestalteten Motorblock anbauen bzw. weiterbauen. Schauen wir mal was da alles dran ist bzw. als Disney ist im Blister. Wenn euch das ganze gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da auf dem Kanal über einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. So schauen wir uns als erstes kurz die Teile an, was hier alles dabei ist und zwar geht es los hier mit der linken Motorenhälfte. Dafür bekommen wir hier Motorblock, die linke Seite. Dann haben wir hier dabei einen Ölmessstab. Komm raus hier, das ist das kleine Ding hier. Der wird natürlich auch noch farblich gemoddet, also zumindest hier oben der Haken wird gelb gemacht und so weiter. Dann haben wir noch hier dabei einen kleinen Kanister, das nennt sich der Lenkungsölbehälter. Dann ist hier ein kleiner Stöpsel mit 7G, ein Verbinder und dann haben wir hier noch das vordere und hintere Kupplungsgehäuse. Eins und zwei. Dazu bekommen wir noch, AP und AM Schrauben, DM Schrauben und hier ein Zwischenverbindungsteil, welches in das Motorgehäuse eingesetzt wird. Welchen Zweck es erfüllen wird, das werden wir vielleicht erfahren, vielleicht aber auch nicht erfahren. Ich vermute mal eher, dass es einfach nur als Zwischenhalteplattform für diverse Kleinteile dient. Bevor ich jetzt allerdings aber mit dem Zusammenbau starte, wird natürlich auch hier wieder ein bisschen Farbgebung drauf gemacht. Ich habe hier bereits den Ölmessstab habe ich hier an den Ölbehälter so eingesteckt und den werden wir jetzt gleich mal als erstes Gelb anmalen. So, da braucht man nur einen passenden Gelbton. Ich nehme jetzt in dem Falle das Deep Yellow von Valero. Da nicht erschrecken, warum nimmt er jetzt so ein helles Gelb? Das wird nachher noch mit dem schwarzen Brosch wieder ein bisschen abgedunkelt. So, wenn jetzt natürlich noch Farbe rauskommen würde, wäre das super. So, ein bisschen den Blister reintun hier. So. 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 So, so. 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 Während das Gelb jetzt hier trocknet am Ölmischtab werde ich jetzt die ganzen einzelnen Mutter wieder mit dem Aluminium Pigment oder mit dem Eisen Pigment einmal farblich gestalten und danach wird dann wieder mit den verschiedenen Filtern und Washes dann wieder diese Used Struktur hergestellt, wie ich es auch schon bei den letzten Videos gezeigt habe. So ihr seht schon die Teile sind jetzt entsprechend soweit farblich vorbereitet und damit können wir die jetzt auch anfangen zu verbauen. Als erstes werden wir hier den Ölbehälter aufschrauben. Und zwar, wenn ich gerade mal schauen wo das ist, hier. Das wird dann mit einer AP Schraube von der anderen Seite festgemacht. So, als nächstes sollen wir jetzt den Block einmal umdrehen, auf die Seite und die Schräge nach oben legen. Ne, auf einem Bild ist er oben, auf dem nächsten wieder unten. Also machen wir es jetzt so. Und dann kommt das Teil entsprechend jetzt hier rein. Und zwar mit diesen zwei Aussparungen um diese zwei großen Füße drum herum. So. Und wird jetzt hier mit AM Schrauben befestigt. So. Erstmal vier Stück. Dann brauchen wir einen Tropfen Öl. Und schrauben jetzt hier diese Platte innenseitig fest. So. 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 Wenn wir das jetzt haben, können wir das jetzt einmal so aufstellen. Ich lege es jetzt hin, damit ihr es besser seht. Dann nehmen wir uns diese Hälfte hier vor. Die habe ich jetzt noch nicht gealtert, weil ich nicht wusste oder noch nicht wusste, wie sie festgemacht wird. Die wird jetzt aber hier so aufgesteckt. Und der Vorteil ist, wenn wir das jetzt hier so haben, dann kann ich jetzt so gleich hier mit dem schwarzen Morsch quasi hier so eine Ablagerung noch in die Ecke reinlegen. Das passt gut. So. Also das soll auf jeden Fall jetzt hier außen so drauf. Und hier mit zweimal AM festgeschraubt werden. kurz, 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 kurz. Hier drauf kommt jetzt der Deckel, den ich schon vorbereitet habe, und den machen wir jetzt mit 3 Stück DM Schrauben noch fest, dann kommt noch etwas Farbe dran und dann sind wir für heute schon durch. Die DM Schraube, ein Tropfen Öl, und dann machen wir das hier einmal fest. So, ich mache jetzt noch hier an den Ring, bzw. hier unterseitig mache ich jetzt noch eben das schwarze Wurst drauf. Ich tue noch ein bisschen die Kanten alle angleichen, dass sich das hier farblich gerne scharfe Kanten drin gibt, und dann denke ich sieht das hier schon ganz gut aus. So, dann können wir das hier mal so spaßeshalber irgendwie drauflegen, obwohl es wahrscheinlich hier nicht drauf kommt. Aber so sieht das auf jeden Fall schon ganz cool aus, ne? So ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für die Ausgabe Nummer 7, hier beim Unibog 406. Was ihr jetzt natürlich im Video hier nicht gut erkennen könnt, ist das Weatherring, was ich jetzt hier an der Motorenhälfte noch angebracht habe. Das könnt ihr natürlich wenn ihr bei Facebook seid, in der Sammelserie Hachette Gruppe oder in der Gruppe Baudin Unimog 406, könnt ihr das Ganze begutachten. Ich habe hier schon mal Probe gehalten, wir haben ja hier so eine, also die zwei Teile gehören ja hier logischerweise zusammen nachher, und diese zwei Schraublöcher hier unten passen genau auf diese von der Plastik Schablone hier. Und wenn wir das Ganze hier mal so grob zusammenstecken, dann haben wir hier die Motorenwand, die erste soweit durch, ne? Und das harmoniert wirklich sehr gut, finde ich super. Muss natürlich ja bloß ganz oben den Deckel nochmal ein bisschen angleichen an den Rest, sonst sieht das so abgestuft geputzt aus, ne? Aber ansonsten finde ich das schon echt klasse. So, dann hoffen wir natürlich mal, dass die nächsten Bauteile pünktlich zum nächsten Montag auch da sind. Also, sagen wir mal, bis spätestens Samstag, dass ich natürlich das Video für Montag dann auch produzieren kann. Aber ich bin da guter Dinge. Bis jetzt hat es immer gut funktioniert. Ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal bei Sebastian von Death for Models. Adi!